Hallo Leute, hier ist euer Nightmare. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar geht es um Knille. Wie ihr in der Überschrift schon gesehen habt des Videos, habe ich Eier. Die Frage lässt sich im Vorfeld mit Ja beantworten, aber das ist nicht gemeint. Wieso ich flüstere? Aus dem simplen Grund. Ich sitze mit meinem Laptop gerade draußen auf einer Parkbank. Mal gucken, wir haben den 27.04. Es ist genau 3.47 Uhr. Und ich habe einfach mal mit einem Freund gewettet, wer die größeren Eier hat, als wenn man mehr Mumm hat. Und ich spiele jetzt gerade Knille. Falls ihr Autos draußen hören könnt, das ist vollkommen normal. Die waren am Park vorbei. Ja, und ich werde mir jetzt hier draußen in dieser späten Uhrzeit mal einfach die Seele aus dem Leib kreischen. Wie warm es ist oder kalt es ist, bevor ich rausgegangen bin, habe ich mal geguckt. Es war 10 Grad. Also dann, lasst uns mal Knille zocken. Ich glaube, ich sollte meine Stimme erheben, wenn ich hier die ganze Zeit noch rumbrüllen möchte. Okay, dann fangen wir einmal an. Da! What the? Da! Was zur Hölle? Aaaaaah! Du willst mich doch verarschen. Okay. Okay, das war zum Einüben. Oh ja, da haben gerade ein paar Leute geguckt, die vorbeigegangen sind. Ja. Aaaaaaaaaaaaaah! So, wir werden weiter machen. Lol. Scheiße, wie das rüberkommt, wenn ich euch ein Typ nachts rumschreit. Okay, weiter geht's Wand Ja, da kommt's weiter Da komm ich weiter Oh, hier muss ich leise sein Das kommt auch nicht gerade schlecht, wenn ich hier mal leise bin Mein Hals Da haben ich schon wieder ein paar Leute geguckt Oh Gott, besonders scheiße, wenn die Polizei vorbeikommt wegen Geruhestürgen oder sowas What the fuck? Wieso bin ich auf einmal wieder hier hinten? Okay Das fand ich jetzt ein klein bisschen lustig, aber Scheiße Sag mal, was soll die Kacke? Oh mein Gott Okay, liegt das vielleicht an Fraps, dass ich nicht weiterkomme? Oder so Mal testen Okay Wie es außer lag, ist vielleicht doch an Fraps Der nimmt die Intensivität denn nicht so wahr Ach, wo hab ich denn mein Wasser hingestellt? Ach hier Moment, ich muss mal eben was trinken, denn mein Hals zu weh Und ich muss mich entspannen, dass nicht so viele Leute hier gucken Also eine kleine Info, falls ihr in Bersenbrück wohnt und hier einen Typen auf der Parkbank seht Oder gesehen habt, zufällig Das war ich Der so rumschreit, ne? Oh, mein Hals Das kam mir Was ist gerade passiert? Ähm Ich glaube, das liegt wirklich an Fraps What the fuck Okay, Wayne Äh 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 BODYES GO WHAT THE FUCK So Hals Was ist das hier? Okay, wieder leise sein Okay BODYES Noch mehr BODYES Scheiße, schaff ich das nicht DOOOOO Epic Oh, mein Hals tut weh DOOOOO Voll der epische Gesang Ich glaube, da kam jetzt der Boss oder so Oho, okay Ich muss erstmal was trinken wieder Oh Gott Ich schrei mich hier die Seele ausm Leib Äh Okay, testen wir mal BODYES BODYES Oh, was der nein Oh, scheiße nein BODYES BODYES Oh nein, nein Scheiße BODYES 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 Okay, jetzt werde ich versuchen meine Lautstärke noch weiter zu erhöhen Egal ob jemand vorbeikommt und mich anspricht Ist mir jetzt scheißegal Wahrscheinlich werde ich jetzt hier so eine epische Musik hinfortzufügen So So nach dem Motto Ey, ich hab ne geile Idee Also Let's get ready to Spezialgabe AAAAAAAA个 AAAAAAAA AAAAAA Das war cooler Ich habe alle Eier Und das erste was ich tue Ich gehe jetzt ganz schnell mit meinem laptop wieder rein Oh Gott, ich kann nicht mehr. Haut rein!